Woher 1? Ich wurde gestern auf dem Weinfest auf 36 geschätzt. Inwiefern haben die getrunken? Dieses Flex-Cue-Ding mit Max hat mich so gebrochen. Ich bin einfach um halb fünf morgens mit dem Zug noch nach Hause gefahren. Ich war um acht zu Hause. Waren die Games zu schwer oder wart ihr einfach so... Es ist schwer. Es war halt zu schwer für das Level, auf dem wir uns bewegt haben, sag ich mal. Ich sag mal, wenn wir jetzt mit V9 da gecued hätten zu fünft oder so, dann hätten wir das alle gewonnen so. Das Juggling ist halt schon sehr wichtig und Max spielt natürlich sonst gar keinen Leaker, dann ist es schon hart. Aber er hat sich gut geschlagen dafür. Aber wenn er dagegen den Master-Jungler schon ran musste oder so, dann ist natürlich eine Gap da, logischerweise. Fällt mir schwer. Was fällt dir schwer? Hier ein Item-Bild zu finden. Wir haben super viel Magic-Damage, heißt AP ist eigentlich raus. Gegner sind aber auch nicht besonders gut Auto-Hitbar, weißt du? Geht das Blade? Gritt eigentlich auch raus. Ich geh wirklich durch das Blade. Das Blade und dann ein Stück weit Amor-Panel. Zerildas Bitterkeit wird dir vorgeschlagen. Ja, dann fliegt doch nicht schlecht. Wie lief deine Games bisher? Erste drei gewonnen und seitdem geht es nur noch bergab. Ich glaube, drei, fünf stehe ich jetzt oder so. Ordentlich alt. Okay. Ich bin hot unter meinem Maul. Stand wave, I take it. Level drei wird unser Time to shine. Was habe ich in meiner Absintheit nicht verpasst? Was passiert auf Twitch.tv? Was auf Twitch passiert ist? Wie viel, ne? Oh, so ein wichtiger Chunk hier. Dass du ein paar geile V-Nine-Games verpasst, das kann ich sagen. Habt ihr ja... Das war ein richtiger Leckerbissen. Officials gehabt. War nur zwei oder eins ohne dich? Ich glaube nur eins. Ja, deswegen sind wir jetzt noch in Reichweite zum zweiten Platz. Und das wäre eine absolute Sensation in der Gruppe. Mhm. Weil die ist sehr stacked eigentlich. Okay, die haben gewordet. Ich glaube, der ist wahrscheinlich hinter denen. Naja, krass. Du bist auf jeden Fall im Jungle. Das muss ich schon respektieren. Okay. Alles haben sie bekommen. Oh, der Minion Block. Muss ich flashen? Recherlich flash in so einem VP, wenn alles kommt. Ich bin einfach noch 18 Jahre alt, mein Freund. Das war schon beautiful. Das war richtig gut. Mann, du geile Sau. Ja, so geht es in der Div 2, mein Freund. Dann bin ich offizieller Pro-Player. Als wir dem Mantis enjoy die Edge geben, die er braucht. Natürlich sehr erodisch. Lass die Base nicht. Wir jetzt noch pushen. Kriegen wir hin. Oh, shit, mein Damage. Ja, aber der W ist crazy, was du an den Minions machst mittlerweile. Nächster Splitter, wie nennen wir das NNO? Ja, da. Nee. NNO ist ja nicht in Div 2. Und selbst wenn wir nicht aufsteigen, wäre NNO erstmal in Div 4. Achso, der meint bestimmt. Vor allem dann. Achso. Ah ja, doch. Das geht ja theoretisch schon. War ja ein guter Flame Penguin. Hab ich gar nicht gecheckt, der ist. War nicht schlecht. Gagas ist hier, Bro. Wenn wir nicht aufsteigen, dann könnten wir im nächsten Sinne aber wirklich schon gegen euch spielen, weil es ja kein Winter Splitter in Div 3 gibt. Das heißt, ihr steigt in Div 4 auf und in Div 4 dann in Div 3 und dann sind wir schon wieder in der gleichen Gruppe. Da hab ich richtig Bock drauf. Bumm. Wurde die Hände gebrochen? Widerstärke. 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 Ach, du bist eine Läden. Das wäre was mit dem Aufstieg. Ich sag's dir. Ich glaube auch. Warum ist Mantis in Joy hier? Einfach, der hat Angst alleine. Mit der Entlastung, oder? Können wir machen, ja. Weil, ja, das kann auch hier sein. Wir werden ja nicht sterben. Ups. Nicht so gut. Ach, guck mal. Geil. Okay, was bauen wir denn hier? Zur frei bin ich. Zur frei bin ich. Merk's werden die schon ganz geil eigentlich, ne? Fries unten von der Soraka. Mann, diese... Hallo, 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 hallo. Ja, der Atik-Speed ohne den... den Hail of Braids-Proc ist schon unangenehm, ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, nice gemacht, aber Lucky C hat's nicht so gut unterwegs, I guess. Ich hab ihn 80 gegeneut. Er ist Bullki, ich kenne nur Bullki 1. Der Bullki ist ein neues Talent. Können wir mal machen, ne? Boah, what? Craze is winning is for the end. Wirklich. Er ist schon sehr broken, montan. Willst du pushen noch, die Wave? Ja. Ich ergerst du musst EBS, ne? Ja, ich ergerst du gehen nach hinten. Ja, die Aki droppt irgendwie die ganze Mid-Wave da, gar das ist ziemlich dumm. Und warum stellst du hier jedes Mal eigentlich 5 Worts rein? Bragas kommt. Bragas kommt. Lass wir jetzt mitgekommen, ne? Oder wir jetzt Counter-Game. Hä? Geht's dem gut, dem Bruder? Och, come on, Alter. Also, die Aki, die ist nichts. Ja, ja. War schon absehbar. Das ist halt so Early Season, ne? Die Leute sind immer so Hardcore. Also, die Skills-Dispherity sind einfach crazy. Die sind aber schon sehr AP-heavy, ne? Wenn wir noch ein bisschen 1M erst decken. Gleich wieder da, und dann geht's ab, meine Freunde. War halt okay, sagen wir, wenn er die kriegt. Oh, die hat eine Flash, scheiße. Oh, der Gragas. Wow, die Hand ist so weak. Warum ist die so weak? Gut, Frage. Ah, gegen den Kill, nice. Das Champs ist auch crazy, finde ich, Hunter. Raka ist das auch, ja, Raka ist das auch. Ja, Raka ist das auch, wie sie blau. Der Dianne so weak ist im Vergleich, hätte ich gar nicht gedacht. Raka ist noch Mitte. Oh, okay. Deswegen. Er ist auch Mitte. Dann unten einfach einspielen, oder? Hm, Schaugott, ich habe er hier kurz. Bestimmt. Er meint, er war tot. Warten Champion. Warten Champion. Warten Champion. Keine Ulti. Okay, Nächste Drake wäre geil. Was soll die, glaube ich, in der Spülung vergreifen lassen? Nice, nice, nice. Leute, ich will keine AP, ich verstehe das, oder? Warum ich das baue? Es fühlt sich nicht gut an. Aber ich würde es nicht tun, wenn mein Team nicht full AP gepickt hätte. AP Kaiser ist nicht gut. AP Kaiser ist sehr gut. Aber diese Variante, die ich jetzt spiele, ist leider nicht gut. Auch ein bisschen Magic ist es. terminiert das was mir einfach raus wenn er könnte okay was geht hier im bock da hat man das geld gewusst und die 1 menschen natürlich wurde einfach das wo die einzigartige jahre komplett dann oder ich hätte ich mal den drachen auch noch würde ich sagen was hey das läuft doch astro tastisch mit dir spielt richtig ein aber schön aber auch wo die 1 dafür ist die kurs ist da das nur holt ich bin dran ich mach einfach gar nichts ich muss ich glaube ich erst mal denken lassen aber ich glaube das wird schwierig nicht mehr durchbekommen dann kann ich einfach auf allem spielen kann das ist ja alles crazy was du montan ist brauchen kann wo ja ich wurde gestern auf dem weinfest auf 36 geschätzt getrunken weil sie nicht ein zwei weinchen aber also 36 ist doch eine bodenlose frechheit oder nicht schon sehr schon krass ist überhaupt nicht aus du siehst aus vielleicht 30 30 werden noch zufrieden gewesen so aber 36 er hatte ich denn geschätzt so ein mädel was war da was damit okay okay wenn die wenn die so 14 war oder so dann verstehe ich das komplett die war auf 26 25 ich war ich war boden zerstört was liegt mit einem so macht ja man 3 3 3 4 7 geschätzt ja ich weiß auch nicht also da war ich da war ich sehr beleidigt gestern ich sehe dich mitte ich sehe euch mitte und ich bin ready jetzt wo die cash ist aber auch und crack alter gg erstatt ich finde ich schlecht ein bisschen fokus probleme lassen dass uns rausgehen okay das sieht nicht gut aus dass wir zwei machen es hat der erste jahre macht sehr 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 kräftiges game michael war der konfer bei dir viele punkte maß es ist aber nimmst du auch nicht dafür damit zum beispiel dieser fight hier ist ja super entspannt zu spielen wenn ich nicht tage dafür bin für die scheißen dreck gg gg ein win das gibt es ja gar nicht doch bei rott plus 42 das ist so lecker kasse runde von dir sehr stark ja direkt noch eins bieten dann würde ich auch eins nehmen